Die Frage ist, ob die Ukraine das genauso sehen würde. Wie sehen denn die Russen tatsächlich die Verteidigungsleistung der Ukraine an? Also man hat tatsächlich Respekt, man hat auch zum Teil Hochachtung und ich habe da auch gefragt, wie beurteilt ihr denn so die Leistung der ukrainischen Streitkräfte? Die verteidigen ja mit Bravour, beißen sich da in ihren Stellungen fest, leisten Widerstand, fügen euch große Verluste zu. Und da hat mir ein Oberst der russischen Armee gesagt, ja klar, kämpfen die Ukrainer gut. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht, wir sind ja ein Volk. Christoph Vanner, ganz herzlichen Dank dir für deine Einschätzungen direkt aus Moskau. Danke dir. Vielen Dank.